Ja, wenn dich interessiert, wie sich Windows aktualisiert und wie sich eigentlich Linux aktualisiert, was da so die Unterschiede sind und du dieses kurze Video sehen möchtest, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß, bis gleich. So aktualisiert sich Windows und so aktualisiert sich Linux. Ja, moin, herzlich willkommen. Wie eben schon angekündigt, möchte ich in diesem Video erstmal gerne dein Feedback natürlich erfahren und andererseits möchte ich gerne natürlich kurz darüber sprechen, über diese Unterschiede. Wie scheiße ist eigentlich Windows zum Teil? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich nutze sehr gerne Windows 10. Es funktioniert. Also ich muss sagen, mittlerweile funktioniert es wirklich toll. Aber wenn du jetzt erfahren bist und du kennst dich ein bisschen aus, du hast Windows sehr viel benutzt, du hast vielleicht auch schon Linux sehr viel benutzt, tu mir mal einen Gefallen, schreib mir mal so deine Beobachtung in die Kommentare rein, was du meinst, ein Update unter Windows zu installieren und ein Update unter Linux zu installieren. Und mit Linux meine ich jetzt nicht an sich den Kernel, sondern eine Linux-Distribution. Ja, meinetwegen Ubuntu, Linux Mind, Debian und so weiter und so fort. Ja, es gibt unzählige Linux-Distributions, aber ich rede schon von einer modernen, aktuellen Linux-Distribution. So, was ist jetzt die Beobachtung unter Windows? Unter Windows? Wow, ein Update ist verfügbar. Yeah, super, mal wieder ein Update. Ja, dann klickst du es an und sagst, jetzt installieren. Ja, wenn er das nicht sowieso schon im Hintergrund automatisch macht, das ist übrigens eine Einstellungssache, ganz wichtig zu wissen an dieser Stelle. Ähm, so. Jetzt installieren wir dieses Update. Dann wird dieses Update erstmal langwierig heruntergeladen. Ja, ich habe immer das Gefühl, diese Server da bei Microsoft, die sind elendig langsam. Keine Ahnung. Es dauert teilweise ewig, diese Update-Dinger runterzuladen. Ja, das wird scheinbar auch gedrosselt, könnte ich mir vorstellen. Ja, gut, ist ja auch in Ordnung. Wenn man weltweit mal hochrechnet, wie viele Arbeitsplätze Windows benutzen und die wollen alle diese Updates runterladen. Okay, ich würde das wahrscheinlich auch drosseln. Ja, ich würde da wahrscheinlich auch nicht pro Client, der das updaten will, mehrere Megabyte pro Sekunde zulassen. Aber trotzdem, also das ist, ähm, lassen wir das mal außen vor. Wie updatet sich Windows? Okay, es wird jetzt erstmal langwierig heruntergeladen und so weiter. Und jetzt ist Windows irgendwann bereit. Ganz cool. Jetzt kann ich nämlich das Update installieren. Und, ob du es glaubst oder nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Eventuell braucht Windows sogar einen Neustart. Ja? Kommt ganz selten vor. Kommt ganz selten vor. Aber es könnte durchaus sein. Nein. Also ich, wann braucht Windows mal keinen Neustart? Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Also, da merkst du einfach auch, wie veraltet dieses Update-Prinzip da im Hintergrund einfach auch funktioniert. Windows braucht bei fast jedem Kram einen Neustart. Ja? So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wir gehen mal zu Linux. Ja? Und, ähm, ja, ich sag mal, alle auf Debian-basierenden Distributionen, die zum Beispiel mit dem Paketmanager apt-get oder sowas zusammenarbeiten, da gibst du ein sudo apt-get, update oder upgrade ein und der rattert in der Konsole im Hintergrund alles durch. Lädt die Sachen mal eben schnell runter. Du kannst dir übrigens verschiedene Spiegel-Server bei Linux aussuchen. Ja? Gewöhnlich. Dass du sagst, Mensch, soll das Europa sein? Soll das irgendwie direkt in Deutschland sein? An einer Uni zum Beispiel, die mehrere Megabyte pro Sekunde kann? Oder willst du es vielleicht sogar in den USA runterladen? Ähm, die standardmäßigen Spiegel-Server sind sehr oft in den USA. Ich würde aber empfehlen, das umzustellen auf einen, ja, langlebigen Server von einer deutschen Universität zum Beispiel, hier bei uns in Deutschland. Und, ähm, ja, was macht dieses System? Im Hintergrund lädt er die Dinger runter, er installiert sie einfach alle. Du musst höchstens vielleicht nochmal dein Root-Passwort eingeben, ja, weil das ist ja das Schöne. Ähm, nicht jeder darf bei Linux alles, ja, der normale User ist eben nicht Root, ja, das ist halt nicht der Administrator. Und dementsprechend musst du das im Normalfall auch eingeben. So, aber wie cool ist das? Das Update wird im Hintergrund installiert. Und solange du kein Kernel-Update machst, ja, solange du keine wichtigen Modul-Updates machst, so richtig grundlegende Systemveränderungen, solange musst du auch nicht neu starten, ja. Also Linux ist da total klasse, da wird ein Dienst wieder runtergefahren, da wird ein Dienst wieder hochgefahren und zack, es läuft. Es funktioniert einfach, ja. So, Neustart ist wirklich eine Ausnahme, wenn du wirklich ein komplettes Kernel-Update machst. Ähm, ja, also bei systemverändernden Updates, sag ich mal, da ist das wichtig, darauf zu achten. Aber bei Windows, Windows braucht gefühlt jedes Mal einen Neustart, ja. Ich habe das Gefühl, egal was für ein Update da reinkommt, das muss ja sowas von wichtig und systemverändernd sein. Unglaublich. Und bei Linux, es rödelt einfach im Hintergrund, fertig, ich starte nicht neu und es funktioniert. Wie kann das so unterschiedlich laufen? Und jetzt müssen wir mal überlegen, das eine kostet Geld, gar nicht wenig sogar, ja, gerade für Firmen, für Betriebe ist die Microsoft-Welt echt nicht billig. Also, wenn du da mal dich beschäftigst, was so Firmen alleine so an Lizenzen für bestimmte Microsoft-Produkte zahlen, Wahnsinn, ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Linux-Welt, die vollkommen kostenlos ist, ja, zumindest meistens. Wie kann das so wahnsinnig unterschiedlich sein? Ähm, wenn dich das Thema näher interessiert, würde ich mich mit dem Thema noch viel intensiver beschäftigen, ja. Und würde dir dazu ein neues Video machen. Dafür brauche ich natürlich kurz dein Feedback. Würde mich freuen, wenn du das mal in die Kommentare reinschreibst, ob du gerne mal so einen zweiten Teil über so eine Art Video hier haben möchtest, wo ich mich mal mit der Strategie von Windows, was da im Hintergrund passiert, und auch mit der Strategie von Linux beschäftige. Einfach hier unten rein. Das wäre cool. Ja, wie, was hast du so beobachtet? Was sind so deine Beobachtungen? Wie funktioniert das bei Windows? Wie funktioniert das bei Linux? Was findest du cooler? Ähm. Schreib mir das mal bitte unten rein. Würde mich wirklich mal freuen. Würde mich richtig interessieren, wie du da so tickst. Ja, was da so deine Meinung zu ist. Und ob du vielleicht auch der Meinung bist, ey, das funktioniert auf Linux doch schon viel, viel geiler irgendwie. Ja. Wenn dir das gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ähm. Wenn du die Glocke hier unten aktivierst, ja, wenn du uns abonnierst. Und wenn du jemanden kennst, einen Freund, einen Bekannten, ja, ähm, vielleicht jemanden aus deiner Familie, und du sagst, hey Mensch, das wäre für den ja wirklich interessant, leite ihm dieses Video gerne weiter, das würde mich richtig freuen. Damit unterstützt du mich und mein Team, und dafür bin ich dir herzlich dankbar. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit, ich wünsche dir einen coolen Tag, ich freue mich, wenn wir beide uns im nächsten Video wiedersehen, und ich würde sagen, mach's gut, bis dann, dein Christoph. Bis zum nächsten Mal.